Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Quaro mit mir, dem Alex und dem Kli. Genau. Und ich würde sagen, wir joinen auch instant mal auf den Server drauf. Drei, zwei, eins. Okay. So. Okay, anscheinend ist kein Chap oder so. Folgen wir mal so ein paar Leute drauf. Hatten wir ein bisschen Schiss, deswegen haben wir es zu spät aufgenommen. Genau, weil die letzte Folge, da waren wir noch... Da gab es schon wieder Labima drin. Okay. Das ist... Ja, geht immer komplett raus. Ach, Männer.